Hallo, ich bin Brownie und ich liebe Umarmungen und mein Hamster fühlt sich irgendwie komisch an. Ja, Brownie, willst du heute mal dein Kunststück zeigen und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Hamster-Vlog? Los, hoch, hoch, ja komm, das schaffst du, perfekt. Schick. Und ja, heute haben wir einen speziellen Gast. Stell dich mal vor. Hallo, mein Name ist Alessio M2. Du hast die Taschenlampe anbelassen. Mein Name ist Alessio M2 und ich mache den Zettel an YouTube, also check mich gerne aus. Like mein Video und check das Video von mir dann aus. Hey Goblin, wir haben alles rasiert, aber es geht nicht um Milch, sondern um Brownie und Lila Villa. Lila Villa. Ja, Brownie hat hier sehr viel Fresschen drin und ich weiß nicht, warum er Hunger hat. Das verstehe ich nicht. Mein Hamster hat Hunger, hat aber ein ganzes Haus voll mit Futter. Hier drin badet er sich. Ja, da hat er andauernd Stroh rein transportiert. Boah, jetzt nehme ich auch noch Sand mit. Und ja, jetzt habe ich es einmal durchgekappt. Und da unten, wenn ihr dieses Loch da seht, wenn ihr dieses Loch da seht, dann wisst ihr, mein Hamster schläft da drin. Ja, und jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Sieh in dieses Rad. Da macht er Wettläufe um die Welt. Und da hinten versteckt er sich immer. Sieht man es jetzt? Nein, unter dem Rad hat er noch ein Versteck. Jetzt durchwürt er die Werte. Und mein Hamster, Brownie, hat Na super, jetzt ist mir auch noch Harry Potter in den ganzen Kasten voll mit Stroh reingeflogen. Und in diesem Buch Unser Hamster von Michael Kirschner haben wir herausgefunden, dass er ein Junge ist. Darauf bin ich sehr froh, dass er ein Junge ist, weil ansonsten hätte ich ihn wieder abgegeben. Nein, Spaß. Ich hätte ihn nicht abgegeben. Ich hätte ihn trotzdem behalten. Ja. Ich habe aber mir nicht gedacht, dass mein Hamster, Brownie so lange überlebt. Aber was für ein Wunder. Er hat überlebt. Vier Monate. Hoffentlich schafft er es noch länger. Worum leben Hamster nicht so lange? Also, Hamster werden laut ein kleines Büchern. Ist das Hauptteil von 5? Ja. Hamster werden Abonniert mich! Hamster werden ein paar Hamster werden ein paar Wochen Wochen ein paar Jahre zwei bis drei Jahre werden die alt und ja das war jetzt einfach mein Hamster das ist noch ein YouTuber das ist auch ein YouTuber Hast du irgendwie eine Plattform wo du die Folgen so ein Instagram oder so? Nein, nur YouTube habe ich und du? Ja, auf jeden Fall auf Instagram Alessio M2 Musical.ly Alessio Metzi könnt ihr auch auschecken Wait und ich kann auch noch ein bisschen mein Zimmer zeigen ist zwar ein bisschen unaufgeräumt aber was sagtest du? was sagtest du? ich wollte mal ein Aufnahmestudio das nicht was ist schon lange ein Aufnahmestudio dass die Züge besser sind ja ist schon okay und da habe ich meine ganzen Bücher Bücher überall Bücher mein Liebesbuch Anni und Nani hier oben habe ich noch Bücher und das habe ich bekommen auf meine Wand das sieht eigentlich ganz schlecht aus das habe ich bekommen an meinem dritten vierten Geburtstag haben wir das wieder gehabt hier die bekommen weil ich war da noch richtig ferner Hello Kitty Fan und wenn ihr mal da raussperrt seht ihr fünf Kaninchen die auf dem Tresen sitzen und dieses Wetter ist super toll Regen Regen und noch mehr Regen ja und ich würde sagen das war's mit dem Hamster schreibt doch dringend in die Kommentare Leute in welches Tier ihr am meisten sehen habt also Hasen Hamster oder oder schreibt doch in die Kommentare welches Tier ist und schickt ganz wichtig Lara auf YouTube abonniert ja und dann geht es jetzt weiter mit einer Werbung hat Spaß Verabschiedung das war das Video heute war das Special Gast Alessio M2 da und vielleicht kommt nächstes Mal jemand anders vielleicht das war's mit dem Video auf Wiedersehen das war's mit dem das war's mit dem